Hallo, 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Wieder mit am Start ist der Smirk und der Snorks von Zweikampfsofa. Juhu! Hallo, ja. Wir spielen zusammen. Das ist jetzt Mission 1 mittendrin, ne? Genau, wir haben den ersten Zwischenboss plattgemacht, den Spider-Roboter. Genau, Spider-Robbie. Ich massier mal den Onkel in den Rücken. Oh ja, oh ja, oh. Ist das gut so? Ja, aber das kann der Große, glaube ich, besser mit seinem kleinen Finger. Dunk. Knack. Dunk. Zu diesem Rechteck, da müssen wir ja zu dem Quadro, dem hier. Dann laufen wir mal ein Stückchen, genau. Ich renne dir mal hinterher. Wir haben übrigens immer noch keinen Heiler, nebenbei gesagt. Du wolltest ja nicht. Du wolltest nicht. Das werden wir mal ändern, glaube ich. Wer ist denn denn eigentlich der Heiler, der Pilzkopf, oder? Der Pilzkopf, genau, ja. Ich habe ja auch schon mal gespielt. Das ist ein bisschen knifflig, weil er kann eigentlich gar nichts. Also das ist ein bisschen doof. Er kann nichts, außer Pilze, oder was? Ja, er kann nur Pilze, rauchen, also. Okay. Oh, hier ist ja vielleicht Kundschaft hier, aber. Habt ihr ja schon weg. Stellt euch mal nicht so an. Sind alle schon weg. Ja. Der Oberstetzler hier, der macht ja aus allen Tomatenscheiben. Ja. Ich bin hauptberuflich Koch. Fantastisch. Ich denke immer Zwiebelringe, 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 Zwiebelringe. Zwiebelringe, Zwiebelringe. Aber da muss ich mal so heulen, das war eigentlich nicht. Ich nicht. Ich habe eine Brille auf. Die Stellung, die Haltung, das konnte ja nichts werden. Aua. Die hat es gefroren hier, oder was? Nicht alle. Also ein paar sind schon, die werden so nach und nach, glaube ich, aufgetaut hier, wenn wir irgendwas machen oder nicht machen. Wie auch immer. Das ist super nervig, ey. Ähm. Ich gehe mal hier hoch. Okay. Ähm. Also ich bin jetzt gerade hier wieder mal Energie kaputt. Kaputt. Oh, da ist wieder, hier sind wieder diese komischen Tore da, die man platt machen muss. Wie heißen die, diese? Oh, du verlierst die Energie, wenn du das Eiszeug durchlöst. Aua. Äh, ein dicker, ein dicker, ein dicker. Das ist ein Fenster, ne? Toll. Die Fensterscheibe. Das ist super. Mein Hirn schmilzt. Komm, kriege ich mal ein bisschen Suppe hier auf den Kopf. Äh, wer hat dem Schild gegeben? Wer war das? Äh, das ist eine Frage, ja. Ich glaube, der macht das selber, oder? Äh, wieso bin ich jetzt bitte betäubt? Ja, genau. Warum bin ich betäubt? Wer war das? Warum? Keine Ahnung. Du stehst mitten in dem Eisding drin. Das zieht Energie ab. Was hab ich dir gesagt, Käpt'n? Wie geht's? Warte mal. Das darf der gar nicht Energie abziehen. Warte, 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 warte. Ähm. Doch nicht. Warte, warte, warte. Ich hab ihn von hinten erledigt. Das geht. Hinten kommst du gut ran an die Viecher. Von hinten? Von hinten geht. Ach, wir hätten hier auch mal einfach ausschalten können, dieses Eis. Wie denn? Na hier, an den Geräten. Guck, jetzt geht's aus. Sag ich doch. Sag ich doch, diese Geräte, die meine ich doch immer kaputt machen, Mensch. Auf mich hört hier eher keiner. Was hast du gesagt? Wie bitte? Das ist das für komische Dinger hier. Komm, komm. Ja, ja, hört mir ruhig nicht zu, ist klar. Komm, so, so, so. Was, 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 was ist das? Was ist das, was, was, was ist das? Das ist kaputt, das ist egal. Ah, diese Ekelinger, Ekelinger. Was ist das hier? Scheiß. Ich passe nicht mal durch die Tür hier. Bitte, hallo. Danke. Ich bin zu groß für alles hier, ey. Hier laufen so kleine Eisklumpen oder sowas rum. Keine Ahnung, was das soll. Eisklumpen? Wie kann ich das hier einschalten? Das ist kalt. Ich will nicht kalt. Ich will heiß haben. Ich glaube, müssen wir uns hier draufstellen zu dritt. Kann das sein? Wo ist der dritte? Ne, passiert nix. Passiert irgendwas? Wo ist der Koch? Ich bin hier. Ist was passiert? Ey, du bist, du müsst nach oben gucken, wa? Ne, das soll der Safepoint, das soll der Safepoint. Aber warum, warum leuchtet das? Ich stelle mich auf alles, was leuchtet hier, komm. Okay, dann stellen wir uns hier mal auf das Kabel. Ach nee, das leuchtet ich gar nicht mehr. Ich brauche Heli. Heilung. Ich habe keinen Heiler mit. Du brauchst einen Heli. Ach, Tür ist schon auf. Wir können ja schon rein. Dann sparseln wir mal auf den Heli. Ich bin schon da. Seid ihr auch da? In Kanada? In Kanada? In Kanada ist Kanada. Oh, genau. Werft den Bohrer an und bohrt einen Weg. Achtung, Schergen. Wer hat den Eisbohrer unbeaufsichtigt bei der Eiswand zurückgelassen? Jetzt kann man ja noch was draufstellen. Meiner, geh weg. Nur weil du schneller gehst als ich. Du bist so langsam für diese Welt. Zu groß zum Versagen kann ich wählen oder K-Wumms? Was heißt das? Das ist eine Lebenseinstellung? Bestimmt. Nehmen wir mal K-Wumms. Da kommt ein riesengroßer Bohrer, der in einem Berg bohrt. Was ist dein Lebensviel? Da habe ich jetzt schon Angst und verpiss mich mal. Ganz einfach. Ein riesengroßer Bohrer, der in einem Berg bohrt. Sag das mal dreimal hintereinander. Das ist aber auch eine schöne, wenn du mal irgendwie im Interview sitzt und dich fragt jemand, was ist deine Lebensphilosophie? K-Wumms. K-Wumms. Nett. K-Wumms ist mein zweiter Vorname. Hallo. Achso. Was ist geil? Ich würde mich bei seinen Eltern beschweren. Also ich werde das tun. Ich möchte ihn nicht K-Wumms nennen. Äh. Wo ist denn jetzt die Achtung, der? Ach, Energie. Na, guten Tag. Äh, ich kann meine Suppe nicht. Ich muss mal eben wieder abkühlen. Lalalala. K-Wumms hat nicht viel gebracht, glaube ich. Hm. Das ist schlecht. Oh. Au. Ach, nicht. Das ist das Achiguliaturus. Ich arbeite ihn langsam runter. Oh, schade auch. Wenn er nur stehen bleiben sollte. Schade auch. Kann jemand mal jemand einfrieren? Mann. Ne, ich mach ihm gerade Feuer unterm Arsch. Ich erhitze ihn gerade. Aber ist doch bestimmt ein Eistyp, oder? Ich glaube ich auch. Oh. Ach, der ist so ein K-Daw. Scheiße. Nein. Oh, er ist weg. Oh, er ist weg. Na toll. Seine Handlanger. Toll, wir sind unsere Handlanger eliminiert. Aber ganz ehrlich, wer muss mir denn eine Handlanger? Mal ehrlich. Ich hab doch eine eigene. Ja. Jemand hat eine Handlanger. Eine Langer. Ja. Was ist? Wie? Wo ist der? Ah, hier ist ja einer. Frag lieber nicht danach. Wenn du irgendwann mal eine gelangt bekommst. Ich hab hier eine. Ich hab hier eine. Oh. Oh, ich bin der Marsch. Au, 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 au. Da gehst du nicht hin? Ha, gefangen und kaputt. Hab ich das gut gemacht? Im Zweifel nein. Boah, der füllt sich wieder auf. Ich glaub, der ist hier, ja, da ist ein Eisblock drin. Er füllt sich nicht nur auf, sondern er füllt mich gerade hier ab. Aua, was ist denn das? Ist ja eine Handlanger. Scheiße. Komm, wir kriegen einen ab. Boink. So, da ist der Oberflug noch klar. Er hat eine Abklimmzeit. Wie heißt der? Verdoppelt die effektive Reichweite von Kreuzklingen. Und dann machen wir das. Bumm. Komm der überhaupt an. Mein Schuss da. Ich hab das Gefühl, man muss ihn auf eine bestimmte Stelle schießen. Weil er sagt mir ganz oft Immun, wenn ich schieße. Immun? Ja, steht da ganz oft. Im Huhn? Im Huhn, ja. Ach stimmt, da steht da im Huhn. Da, jetzt hab ich's gefunden. Da hinten, dieses weiße Ding da. Das leuchtet schon. Vorne röst, ja, das ist ja geil. Oh shit. Ah, fuck. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Da ist einer weggefallen. Du kümmerst dich um ihn. Ja, ich bin auf dem Weg. Dann versuche ich ihn abzudenken. Oh, hier bin ich. Hier. Nicht wegrennen. Danke. Klappt nicht so wirklich, wenn du das versuchst. Jetzt ist er wieder weg, der Honk hier. Warum kriegst du wieder Eisbälle? Was war das? Gegner aus. Oh nö. Also bei dem Nahkampfkämpfer, da ist zwar cool, aber da geht ja übelst die Übersicht flöten. Welche Übersicht? Ich kann dir sagen, auch als Fernkämpfer hast du hier keine Übersicht. Übersicht wird da auch überbewertet. Deswegen heißt sie auch Übersicht, sonst wär's ja nur ne Sicht. Nee, äh, ist ein dumm natürlich, dass dieses Game released worden ist, so am Zeitpunkt, wo Blizzard das gleiche gemacht hat. Weil ihr einen großen Moab-Titel hier rausgebracht habt. Overwatch meinst du? Aber ist Overwatch nicht eigentlich nur gegeneinander, ne? Ja, ist nur gegeneinander, ja. Das ist nur PvP und, ähm. Aber im Team, ne? Also, du bist das gleich in Grün. Aber du kannst, äh, aber gegeneinander auch gegen die AI, ne? Also du kannst auch zu, wenn man das lügen, 5, 4, äh, gegen AI. Ach so. Genau wie hier. Ach was. Aber die haben keine Missionen. Genauso wie hier. Von einer, also Verteidiger ein Gebiet sozusagen. Oh nein. Oder eine Wache, die... Machst du oder ich? Äh, ich renne da mal hin. Ich versuch's zumindest. Ja, er konzentriert sich auch gerade auf mich. Warum auch immer. Mann. Ich will ja nicht, dass unsere Leben, die, die sechs Stück... Nicht hin, hier. Was soll das? Ich bin keine Geschenke von dir. Geh weg. Ich, ich... Mama. Hab ihn. Nimm dies. Schuft. Aua. Ich brauch eine. Er hat mir alle gelangt. Da muss doch irgendwas sein. Na toll. Also er brennt so ganz langsam runter, wobei er ganz oft tatsächlich bei den Schüssen im Mund steht. Doch, du siehst oben den roten Balken. Also ein bisschen was passiert da, aber... Naja, äh, ich glaube, das ist nur der Nackenverlager schafft hier. Glaube ich nicht. Können wir ja sonst mal aufhören. Also jeder kann ja mal alleine drauf balzen und sehen, ob sich oben der Balken da bewegt. Aber ich glaub schon, dass der was macht. Nein. Jetzt haben wir gleich. Wir haben die gleich. Wir haben die gleich. Drauf an. Ja. Ich hab auf den Boden geschmettert. Das war auch gut. Das macht echt gut Schaden anscheinend. Ich hab irgendwas im Ohr gerade. Na toll. Warum wartet der denn? Und warum sind da noch zwei rote Punkte auf meiner Arme? Doc's Knock hat epische Ausrüstung für das Team. Was für eine Ausrüstung? Epische Ausrüstung. Genau, epische Ausrüstung für das Team. So, ich hab einen Patronen-Buff. Und ich hab einen perfekten Sturm. Und, was soll ich dazu sagen? Ja. Das ist schön. Und? Finst. Mach doch mal. Und dann bin ich auch schon gleich ganz unten angekommen. Also mir fehlt noch ein... Guck mal, wie das läuft. Das ist mir gerade aufgefallen. Wer denn? Na, das ist so sehr. Ich weiß jetzt nicht, was du hast. Das ist eher so Ballerina-mäßiger. Wie heißt das hier? Ich bin halt eine Fee. Ich fliege. Leicht wie eine Feder. Ja, ja. Sumo-Fee. Sumo-Fee, genau. Die Sumo-Fee. Das ist aber nett. Dankeschön. Das hat aufgemacht. Na toll. Hallo. Boah, aber den Rest hat sich alles weggeschnappt. Rest, da war nix drin. Ja, ja. Ups. Du, der Smirc hat extrem klebrige Finger. Der hat mich auch schon ganz oft in irgendwelche... Ich bin voll am Metzeln. Und er macht erst mal Kisten auf oder so. Weißt du? Also... Versteh ich gar nicht. Ist ja cool hier. Ist ja aufgefallener Level eigentlich, ne? Also der ist schon groß. Ich falle. Ich falle. Und wenn du auch mein Kopf fällst. Kleiner Tipp. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Nicht drum kümmern. Weiter rennen. Weiter rennen. Rennen Sie weiter. Es gibt nichts zu sehen. Hier steht aber erledigt fünf Hüter. 35 Sekunden. Ja, das ist was Besonderes. Aber geh einfach weiter. Gehen Sie einfach weiter. Wir haben noch 31 Sekunden, meinst du sagen? Nein, es sind sonst ohne Ende Gegner da. Und du wirst es nicht schaffen. Ja, wir haben ja auch noch 23 Sekunden. So, ich bin weg. Ich fliege wie Superman. Nee, das ist ja mit den Hütern das. Mit den 70 Sekunden da oben. Das ist... Ja, wir sind da, wo wir hin müssen. Onkel, sonst mach du das. Ich bin ja auch irgendwie da. Weißt du denn? Was soll ich denn machen? Nee, das ist gut. Ach nee, du bist auch da. Ah, ihr habt auf mich gehört. Ihr hört doch sonst nicht auf mich. Eigentlich haben wir die Punkte jetzt liegen lassen. Wir haben Punkte liegen lassen. Ja, aber es kommt ohne Ende Gegner nach. Und es ist wirklich nur nervig. Und so ist es am einfachsten. Einfach rennen. Leute, wir wollen euch metzeln. Wir wollen euch umbringen. Wir wollen töten. Ohne Zwischensequenz. Achtung. Du wirst gemetzelt und du wirst getötet. Verlass dich drauf. Von ihm. Was ist das? Ist das der Onkel von der Spinne? Psst. Ach, er ist das. Ist das nicht nachher ein Spiel? Ja, du schaltest jeden, den du da hast, frei. Ihr wisst, was ihr tun müsst? Nein. Ich hab keine Ahnung. Auf dem Bein leuchtet's grün. Und da immer, jetzt ist es zu oder auch nicht. Und warten, bis wieder sowas aufgeht. Okay, da darf ich nicht rein. Genau. Bodenwellen gibt's auch noch richtig. Da war da was. Aua. Der grüne Balken bewegt sich gar nicht. Äh, der rote, meine ich. Der grün-rote Balken. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Alter, was macht er mit mir? Ja, ich muss da... Er hilft, er hilft, er hilft dir. Ach doch. Oh, ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Geil. Kann ihn jemand wiederbeleben? Wahrscheinlich nicht. Ich bin... Ich tu mich... Au. Ich tu mich wiederbeleben. Er hat mich gerade... Er hat mich gerade weggebummst. Dann ist nur ein Leben von uns weg, wenn du das machst. So, ich hab ein Bein, hab ich weg? Ja, wir haben jetzt sechs, ne? Also, wir haben jetzt sechs Leben noch. Das ist abgezählt hier. Jo. Ein Bein hast du? Ein Bein hab ich, aber ich häng voll... Ich muss laufen. Ich kann mal nicht ran an das scheiß Kackbein. Ja, ich... Das ist unfair. Ich hab's auch gerade hier problematisch mit meinem Nahkampf-Scheiß. Da an das Bein zu kommen. Ja, also da hab ich's jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ich kann auch von weit hinten noch Schaden machen an deinem Bein. Aber du kannst doch hier diesen Blitz... äh, diesen Kreuzblitz, äh, schießen, oder? Ja, aber das schießt ja nicht so weit. Ah, okay. Ja, ich glaub meine auch nicht hier. Ja, ich... Ich kann. Also, bei mir geht's. Ich hab nicht so das Problem. Ich hab dein Leben geballert. Scheiße. Ach, der Blitz kommt wieder. Ma, 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 ma. Er dreht sich... Warum dreht er sich denn immer zur Minder? Ich versteh das nicht. Der mag dich. Der mag dich einfach. Ich will nicht. Der steht so auf Vampir-Schwerträger, weißt du, so. Ich hab eine Überraschung für euch. Psst, was ist denn... Hier liegt Hells rum, falls jemand braucht? Boah. Ja, ich brauch gerade noch keine. Muss er sich immer das andere Bein dahin zu uns drehen? Das ist auch kack. Dein Schuss ist... Norx ist der beste für den Typen, oder? Bisher hab ich auch den Eindruck. Aber dauert noch, bis das Bein da weg ist. Also ich kann auch auf die Zunen-Dings schießen. Auf die Zunen-Beine schießen. Ja, das hilft noch nicht wirklich. Ach so, zieht der nichts ab. Seh ich auch gerade. Und wenn er so diese Kopfschmerzen hat, dann ist unter ihm so ein Ding, der auf das zu schießen ist, falls ich es noch nicht gesehen habe. Da kommt unten so ein kleiner Strahl, so ein Metallblock, keine Ahnung. What's so ever. Was stöhnst du denn? Ich muss ja immer wegreden. Geht aber auch nur auf mich, die Drecksau. Ach, immer wenn ich meinen Super-Dings-Forms mache, dann... Haut er ab, natürlich. Haut er ab, das ist so ein Dreck. Es kommt kleiner. Kleine was? Kleiner Gegner. Ein Selbstmordkommando. Och, sag mal, ey, das ist doch nicht... Ein Selbstmordkommando zum einmaligen Einsatz. Ja. Willst du wieder benutzen, oder was? Ja, das wäre doch mal was. Ich treffe ihn nicht. Ich muss immer mit meinem Schuss vorhalten. Weil der mein Schuss fliegt ein bisschen. Oh, die Energie ist schon völlig runter. Ach jetzt, okay, da ist wieder welche. Meine Minigun ist nur überhitzt, aber sonst geht es mir super. Jetzt weiß ich, was ich machen tue. Ha! Fass runter, fass runter. Von was? Kleine Gegner, Achtung. Ich muss nah ran und dann meinen Schuss hier machen. Auf, los, los, mal, was. Kiste auf, los. Oh. Oh, warm. So, ein Bein wieder weg. Huch, ja. Da müssen wir einfach nur warten, bis Smirk alles kaputt gemacht hat. Ach nee, nicht Smirk, ich meine Smirk. Ja. Da unten auf das leuchtende Ding unter ihm jetzt schießen, bitte. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Ach, da unten? Das ist cool, okay. Habt ihr jetzt zum ersten Mal gesehen, oder was? Auch mal. Der Fahrzeug, ja, ich werde immer so weit wegfliegen. Ah, jetzt dreht er sich wieder. Ah, ich muss wieder mal abkühlen. Ich bin so ein heißer Typ, ich muss mich andauernd abkühlen, weißt du? Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Uh, aha. Okay, ist ja ekelig, ey. Ach Gott. Ich mache nur für dich. Was? Was hast du denn, Orkel? Was hab ich getan? Kennst du es doch ein bisschen, oder? Ja, natürlich. Was hab ich getan? Wo bin ich hier gelandet? Ach. Du hast ja gesagt. Oh, da fliegt einer gerade tot weg irgendwie. Ja, das war ich. Ich nicht. Ich komm zu dir. Ich bin auch auf dem Weg. Ja, mach's hinter dir Sinn. Explodier Mülleimer. Ein Explodier Mülleimer. Einer? Wer hinter dir? Explodier Mülleimer. Entsorgungsbetrieb oder was? Wo, weg da. Geil, das war da echt an das Ding reingesprungen. Ich muss aber voll reinspringen, du Scheißvieh. Bist du schon tot? Bist du schon tot? Nö, selbst noch. Den Hacken, den Nachteil hab ich echt nicht. Ich muss jetzt sagen, dafür ist der Charakter richtig gut. Ich schieße von Weitem drauf. Ja, das ist schon nicht schlecht. Oh, ich muss ja weg. Alles rot hier? Alles rot. Es ist alles rot hier. Mama. Ich bin raus. Ha. Guck. So geht. Was ist das? Oh, ist wieder Mülltonnen. Überall Mülltonnen. Gleich neben dir. Geil. Das war ja. Oh, die lassen Sachen liegen. Na komm. Na komm, wo? Ich hab auch mein Bein weggekriegt. Ich hab mein Bein weggekriegt. Au. Ich hab mein Bein weggekriegt. La 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 la. Ich treffe gar nichts. Wir müssen ja ran. Ja, das merke ich. Und der Kern. Der Kern ist da. Der Kern ist da. La la la. Was ist das? Echt? Das war mein Mailprogramm. Habt ihr das gehört? Spitze. Dinge, die man ausmachen sollte. Mano. Ist das Bein wieder aufgeladen? Die Beine sind ja da. Ja, natürlich. So lange, bis dieser blöde Kern weg ist. Das machen wir so lange. Sonst, der hat doch noch ein paar Beine. Und da das der Deal ist, du musst das Bein einmal abschießen, bevor der Kern unten rausfährt, musst du also immer wieder Beine nachfüllen hier. Ganz böse Dinger. Er schießt. Alter, warum dreht der sich denn immer? Ja, ich will mal das andere Bein haben. Das macht er da nicht. Get this. Get this, man. Bleibt doch mal ruhig. Bleiben Sie ruhig. Und wie hat dieser Energie so? Das sagt er, der am weitesten Abstand halten kann. muss, kann. Also, ich habe gar kein Problem damit. Ich stehe immer schon außerhalb. Hells ist da, Schild ist da. Alles ist gut. Und ich schieße immer mal die Beine weg. Alles ist gut. Ja, ich habe mich gerade hingeschubst. Ey, ich will da hier nicht hin. Da hier ist die Wand. La, la, la. Ich komme mal ab. Alles das Problem ist, meine Minigun überhitzt. Sonst ist es super. Jetzt kommen. Ähm. Dauert einen Moment. Airstrikes. Airstrikes. Da ist der Airstrikes. Das ist chaotisch. Das schießt ja immer auf mich. Weil es geht. Ach so. Na gut. Ja, ich habe das Bein weg. Äh. Echt? Ich sehe aber noch ein Bein. Ja, ich habe auch noch. Das hat ja auch vier. Ach, das ist so. Scheiße. Du hast jetzt nicht auf mich geschossen, oder? Du hast ihn böse aus. Ich bin groß. Aber nicht böse. Ich bin dies. Hey. Hab ich dir gerade was hergenommen? So, unten, unten, unten. Äh, hier haben wir schon. Das ist jetzt völlig egal. Ich habe meine ganzen Specials aufgehoben, nur für diesen einen Moment. Ah. Ah, ich habe mich für dich aufgehoben, nur für diesen Moment. Moment. Hm. Hm. Ah, ich habe gar keinen Weg. Ich liebe Spinnen. Ey. Geh dir weg. Wieso muss er sich bewegen? Oh, alles rot. Warum alles rot? Warum? Warum? Es ist mir ja auch ein Weg hier, ey. Mülltonnen. Wo ist hier denn, was nicht rot? Alles von Mülltonnen. Aua. Der Mann von der Müllartfuhr, du da. Na, komm. Die haben hier ja gar keinen Job. Die laufen von selber, die Mülltonnen. Was will der denn von mir hier? Juhu, lass mich hier raus. Danke. Und weg. Mach damit noch zu. Nein. Und wer fliegt denn wieder? Na, ich. Na, ich. Kann er mal kaputt gehen. Ich glaube, wir machen auch das falsch, oder? Nein, wir machen das genau richtig. Da, da, da. Fast. Ich habe es jetzt diesmal mitgesucht. Ich bin sicher von Zitrone hier, das Kackbein hier. Schöpfe. Oh, ich gucke die Aspricke wieder hier, ey. Oh, Mann. Das ist ja auch so lützig. Ah, jetzt hier, rotes Bein. Jetzt, 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 jetzt. Da, da, rotes Bein. Rote, 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 Rote. Und weg. Wo spieg ich denn hin? Ein Bein ist weg. Zweiter, Zweiter ist auch rot. Oh, jetzt bewegt. Ich passe ihn. Zweites, Rote, weg hier. Jetzt kommt unten rausgefahren. Na, komm schon. Schieß, schieß. Noch ein bisschen. Wäre noch in so auf 10% oder so? Ja, ja. Na, noch ein bisschen mehr. Äh, was ist das? Er hat ein Problem. Oder wir. Taktikänderung. Ähm. Schädel. Nehmen wir auf den Schädel. Ja, lass mich doch. Warum schießt du der immer auf mich? Was ist denn los hier? Jetzt reine Kopfarbeit hier. Reine Kopfarbeit. Reine Kopfarbeit. Ein bisschen konzentrierend geht's, ne? Ja, ich flieg hier irgendwo oben rum. Das ist auch nicht schlecht. Das sieht gut aus. Wie machst du das? Keine Ahnung. Tut das eigentlich weh, wenn man runterfällt? So, ich hab ihn. Nein. Das war er. Das war Onkel. War ich das? Ja, ich hab den VFR-Bericht erstattet. Ja, ich hab den VFR-Bericht erstattet. Ich hab den VFR-Bericht erstattet. Ja, ich hab den VFR-Bericht erstattet. Hoffen wir, dass Sie sich revanchieren, wenn wir uns Rände einschnappen. Keine Exos? Cool. Mission abgeschlossen. Yeah. Die Nullstunde. Jetzt kommt noch, hab ich eine Endsequenz oder sowas? Darf ich vorstellen? Neuling als Trophäe. Hervorragend. Ich hab's wahrscheinlich auch bekommen, aber ich seh's nicht. Naja, es ist dumm gelaufen. 51.100. Nee, 51.000. Wir haben alle die 5-1-1-5-0. Sie hörten die Lottozahlen. Ohne Gewehr und Pistole. Sondern mit Schwert und Bazooka. 5-1-1-5-0. 0-8-1-1-5-0. So, wahrscheinlich müssten wir jetzt drücken, damit's weitergeht. Vermute ich nicht. Bei mir ist es auch ohne drücken. Bei mir passiert nichts, wenn es mit drücken. Selbst mit drücken passiert dir nix. Ich hab jetzt eine neue Charakter-Fall getroffen. Ich bin gerade im Ladebildschirm. Ja. Wir haben Isaac jetzt zum Spielen. Wer ihn spielen will, kann jetzt den... Nee, ich bin Heiler. ...easig spielen. So. Aber wir stoppen mal bei diesem Mission-Geschafft-Bildschirm, weil wir sind durch. Genau. Da kommen noch ein paar andere Missions-Geschafft-Bilder, aber ist egal. Das bestimmt. Genau. So, wir sagen jetzt Schüss. Das war das Zweikampfsofa und der Onkel. Ja. Genau. Von Gamers Check and Pay. Ich wollte hier wieder Hallo sagen. Hallo. Ja, hallo, hallo. An Mod kommt später. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann wirst du nächstes Mal, wenn es heißt, wir spielen Borderlands. Nee. Nein? Nein. Nein. Battleborn. Erst bemerkt, schade auch. Geht mir aber auch mal. Du weißt nie, welches Spiel wir spielen. Den Game-Titel kennst du nie. Aber ist auch von Gamebox. Ja. Ich haue es auch immer durcheinander. Sicher? Ja. Du hast es überlegt. Du hast es überlegt. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.